Herzlich willkommen zum vierten VBL-Talk, und zwar direkt aus der Stadt Luzern, vom 44. Luzerner Stadtlauf. Drei Jahre Pause 2019 war er das letzte Mal im April. Jetzt hatten wir eine Sonderausgabe 2021. Andreas Greuther, OK, Chef des Stadtlaufs, was ist das für ein Gefühl? Sehr ein gutes Gefühl. Wir sind jetzt wirklich eine lange Durststrecke hinter uns im Frühling. Wir sind 2019 das letzte Mal unterwegs im Frühling. Seitdem haben wir 2021 im September einen Stadtlauf gehabt. Es freut uns, und man sieht auch, wie viele Leute unterwegs sind. Es ist wirklich eine super Stimmung und eine Entschädigung für viele, und wir mussten durchmachen. Was mussten Sie durchmachen? Ich stelle mir vor, es waren drei schwierige Jahre für euch. Es ist natürlich immer schwierig. Wir wissen nie, wie es weitergeht. Du hast deine Prognosen, die Erwartungen und so, bist einmal am Planen. Nach zwei, drei Monaten musst du dir alle Pläne über den Haufen rühren. Es ist natürlich frustrierend, wenn du siehst, dass das, was du vorbereitest, führt zu einem erfolgreichen Ziel. Wir haben es geschafft, diese Zeit zu überstehen, auch mit allen Helfern und Sponsoren, die uns treu geblieben sind. Jetzt habt ihr ja letztes Jahr eine Light-Version gehabt. Jetzt habt ihr wieder 2022 eine richtige Luzerner Stadtlaufe, wenn man das so sagen darf. Habt ihr schon Erkenntnisse für die Nach-Corona-Zeit rausnehmen, die ihr jetzt umsetzen könnt? Bei der Familienkategorie ist es sicher so, dass es sehr gut angekommen ist, dass wir letztes Jahr auf die Strecke gearbeitet haben. Es gab wenige Dränge, es gab ein Start-Seil auf der Strecke, es gab mehr Platz. Das haben wir beigehalten, sonst haben wir die anderen Punkte, wenn man das alte Konzept natürlich nicht verändert. Das hat gut funktioniert, das ist beliebt. Und darum auch wieder mit einem bewährten Kategorienangebot, Strecken etc. und auch das Fest-Rahmprogramm wie früher. Kann ich also gerade das erste Feedback geben? Ich war mit der Tochter und der Frau. Es ist zwar gerade der einzige Laufstieg, der verregnet wurde, aber sonst ist es wirklich perfekt. Was schaust du jetzt noch auf den Tag? Es stehen noch einige Highlights, natürlich auch Musee-Klässig, die ich als Zuschauer mitverfolgen darf. Klar, das Fest-Stadtlauf geht natürlich immer noch weiter am Abend, auch nach dem Lauf. Wir haben in der Altstadt auf den verschiedenen Plätzen Festwirtschaft und Musik, von dem lebt der Stadtlauf auch. Gegen Abend kommen dann die verschiedenen Firmenkategorien, die Blauschläufer und dann eben als Abschluss auch Musee-Klässig inklusive Nachwuchsleiter, die dann am Schluss der Altstadt noch geht. Luzern ist hier einfach eine Institution, der gehört zu Luzern. Es ist schon lange eigentlich ein Zusammenarbeit mit der VBL, wie nimmst du das als Worte? Wir nehmen das sehr positiv vor, wir haben immer wieder gute Ideen gemeinsam. Siegseirnien, Angebote für Familien, das Glücksrad, das bei euch immer hier in der Südenkirche ist, das bei den Kindern und den Jugendlichen super ankommt. Also wir sind schon x-Jahre Partner und ich hoffe, wir bleiben jetzt auch noch x-Jahre. Jetzt ist ja das eine, der Stadtlauf, es gibt natürlich auch noch den Marathon zu Luzern. All die Veranstaltungen haben jetzt so in den letzten Jahren eigentlich den Weg geworben und man kann gratis mit dem ÖV anreisen. Wie wichtig ist das für so grosse Events? Das ist für uns sehr wichtig und natürlich auch so generell das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man dann so die Anreise rausnimmt, das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte. Wir weisen immer darauf, dass die Leute bitte mit dem ÖV kommen. Und das machen auch extrem viel. Beim Stadtlauf sind das rund 80% mit dem ÖV anreisen. Nur etwa 10% braucht das Auto, das ist wirklich super erfreulich. Und die Cote kann man fast nicht übersteigern, das ist schon so gut. Sehr gut. Wir haben gesagt, wir dürfen nur ganz kurz, er muss weiter. Ganz, ganz blöde Spruch, aber ich musste natürlich vorbereiten. Ich lasse dich wieder springen. Vielen Dank, ich mache den Schlussspurt. Ja, genau. Und herzlichen Dank für das Interesse vom vierten VWL Talk. Und wir müssen uns auch beraten machen. Wir haben natürlich auch etwas vor mit unserem Team und laufen den Firmenlauf. Und sind gespannt, wer dann der Schnellste ist. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.